Okay. All right. Dann müssen wir jetzt hier was finden. Oh. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Da werde ich drauf. Lass mich raten, du bleibst hier und rauchst noch eine. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Genau. Sully, bleib einfach ruhig stehen und den Rest regle ich. Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Genau. Gesundheit geht vor, mein Freund. Sully. Gesundheit geht vor. Okay, gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Eine Nähmaschine? Okay. 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 Wie war das noch mit der Gesundheit? Hey, Junge. Hier oben. Hier ist eine Kette. Okay, zurück. Ich schieße das Schloss auf. Pass auf, dass du nichts anderes kaputt schiehst. Ich sag, das Schloss. Wie gesagt, äh, wie war das noch mit der Gesundheit? So, was meinst du mit Schloss? Hm. Hm. Okay. 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 Achso, ja. Okay. Er hat nur gesucht, wo das Schloss ist. Deswegen. Alles klar? Okay. Wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Oh Mann, schau dir das an. Nein. Krieg ich nicht auf, dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaust du es bis oben? Ich versuch's. Ja, ich wurde die ganze Zeit ja nicht gelassen. Ich komm schon. So, perfekte Idee. Sehr gute Idee. Mach ich. Ich pass auf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gute Idee. Das ist cool. Oh, du bist Herr. Pass auf, das Ding fällt gleich von der Decke. Komm schon, den Balken, der kann jetzt weg. Ja, die Frage ist, wo? Ja, die Frage ist, wo? Naja, ich glaub, das ist nur so eine Uhr. Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Und hier hoch. Was mach ich? Hoch. Hey, Nate. Ja, das ist der aus Lawrence Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Ja, das muss er sein. Ja, das muss er sein. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja, komm, 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 geh durch. Jo, vielen Dank, Sully. Oh, das sieht nachher im Rätsel aus. Ja. Das bedeutet etwas, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Moment. Moment. Moment, ein Moment. Ah, das ist, glaub ich, die Seite. Okay. Also, der mit der Axt in der Hand. Moment. Kann die Statuen wohl drehen? Die Sockel drehen sich. Interessant. Sagt Lawrence Notizbuch was darüber? Mal sehen. Ja. Hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Vielleicht müssen wir die Hinten in die richtige Richtung drehen. Ja, aber wie rum ist richtig? Ja, das werde ich ja jetzt rausfinden. Ähm, alle in die... Ähm, alle in die... Nee, nee, nee. Irgendwas ist hier... Verkehrt. Hm. So. Ich muss ein wenig überlegen. Hm. 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 Es muss ein take-game. Ein muster. Okay. Okay. Das kann nicht richtig sein. So. Also. Nochmal. Bye. Okay. Okay, think about it. Also, es gibt zwei Sch... Es gibt einen mit dem Schild. Diese Symbole rechts daneben, neben den jeweiligen Figuren, sind gerade ein wenig komisch. Irgendwie ein wenig ablenken. Jetzt verstehe ich. Der Ritter mit dem Schild schaut den Kerl mit der Axt an und so weiter. Ich weiß schon. Genau. Jetzt verstehe ich es. Hey. Du lagst richtig, Sully. Und ich habe dämlich angestellt. Du ziehst. Auf drei, klar? Warte. Eins, zwei ziehen oder eins, zwei, drei ziehen? Zieh einfach. Okay. Mate? Hey, bist du okay? Ja. Ich überlebe es. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Das hoffe ich auch. Hier sollte ich durchkommen. Komm schon, geht er durch. Komm schon, geht er durch. Ja. Spain. Vielen Dank.